Hallo, jetzt geht es zum Frittichsplatz, Demo, Haltung gegen Rechts, Kassel zeigt Haltung. Und auch ich will ein Zeichen setzen. Nur zusammen in der Gemeinschaft können wir was bewegen. Die Doris. Die Doris. Die Doris. Die Doris. Viele anderen wissen, dass faschistische Deportations-, Gewalt- und Vernichtungsfantasien weitergehen. Es trifft zuerst Menschen, die vermeintlich nicht deutsch genug aussehen, nicht deutsch genug sein sollen. Ihr seid ganz schön abgerichtet und ihr seid nach rechts gewandert. Ich weiß, dass ihr das jetzt nicht hören wollt. Ich weiß, viele von euch haben das vielleicht gar nicht bewusst. Wir müssen intersektional solidarisch miteinander sein. Langer Vortrag, kurz abschließend habe ich hier ein Zitat von einer großartigen Person. Diese Person heißt Audre Lorde. Dein Schweigen wird dich nicht schützen. Das gilt für uns alle. Und in diesem Sinne, lasst uns nicht schweigen, lasst uns laut sein gegen den Faschismus und gegen rechts. Vielen Dank, dass wir alle paar Monate zusammenkommen und auf die Straße gehen, um laut zu werden. Was bei den Korrektivrecherchen rausgekommen ist, ist in den Formulierungen und in dem Ausmaß neu. Doch dass die AfD eine große Gefahr für unsere Demokratie ist, ist schon viel länger klar. Keiner will, dass die Geschichte durchführt. Auf den่uration! Auf denletzten Schiff auf den Schiff. Auf den Schiff. Auf those auf den Schiff. Auf den Schiff. Auf die Schiff. Auf das Schiff. Vielen Dank.